Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Parfumid Fluch 2. Ähm, ja, wir sind hier jetzt irgendwie an einem Filmset gelandet und ich will mich hier jetzt einfach mal umschauen. Das ist der Kameramann. Ein Mann mittleren Alters mit Pockennarben im Gesicht. Eine Frau mit riesigen Stiefeln und einer beeindruckenden Zahnlücke. Warte mal, sollen die beiden hier etwa... Der Typ sieht mehr aus wie ein primitiver Gassenjunge, als ein Filmstar. Aus irgendeinem Grund hat ihm die Maske eine reichliche Portion Sommersprossen verpasst. Äh, ich... ja, ne, ich sag dazu mal nichts. Der große Regisseur, das soll seine Pose wohl ausdrücken. Mich erinnert er mehr an Edward. Ähm, ich schau hier mal schnell mir noch die Piraten da rechts an. Ach, die sind weg. Wieso sind denn die weg? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ah, ich geh da nur einmal drumherum. Okay. Auch gut, dann reden wir mal mit denen allen. Aber... Wir kennen das ja. Ladies first. Na? Hallo, ich bin George Stobbert. Oh, hallo hübscher. Du bist aber niedlich. Ich wünschte, du würdest die männliche Hauptrolle spielen, statt dieses Bürschchens. Ich kann nicht schauspielern, Madam. Na und? Ich wette, du kannst küssen. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich diese Unterhaltung mit einem echten Filmstar führe. Oh man. Ja, komm, krieg dich wieder ein, Georgie. Danke. Wie fühlt man sich so, wenn man das Rampenlicht mit einem Schauspieler teilen muss, der jung genug ist, dass er ihr Sohn sein könnte? Was soll das heißen? Ähm, ich weiß nicht. Weißt du was zu dem Stein? Schauen Sie sich dieses antike Maya-Kunstwerk mal an. Das ist doch nur ein Stück Stein, in das jemand ein Bildchen gekratzt hat. Tja, in gewisser Weise schon, ja. Sie haben nicht zufällig irgendwo etwas ähnliches gesehen? Nein. Okay. Äh, was sagst du denn zum Bambus? Ich habe diesen Schilfhalm in einem Sumpf auf der anderen Seite der Insel gefunden. Ach, wirklich? Ja, und ich habe damit einen vergifteten Pfeil auf einen wilden Eber abgeschossen. Das war Leben. Echtes Abenteuer. Nicht nur eine Filmszene. Ja, ja. Sie hat Probleme mit dieser ganzen Theorie von wegen, das wirkliche Leben ist kein Film. Ähm. Ja, ich frag sie mal ein bisschen aus, ne? Welche Rolle spielen Sie? Piraten-Babsi, die gnadenlose und leidenschaftliche Freibeuterin. Ist ne prima Rolle. Ich komme viel zum Küssen. Und ich kann Leute in den Arsch treten. Gefallen dir die Stiefel? Ich hätte was. Was halten Sie hiervon? Bäh, das ist ja scheußlich. Sie haben ja keine Ahnung, wie weit Sie gerade in meiner Achtung gestiegen sind. Äh, schön. Die Piraten-Babsi also. Hallo, George Stobart. Aha, ja. Haiku McEvan. Heißt du wirklich Haiku? Ja, aber das war die Idee meiner Mutter, okay? Als ich geboren wurde, war ich sowas von dermaßen klein und perfekt geformt, dass ich sie an ein japanisches Gedicht erinnert habe. Naja, es hätte schlimmer kommen können. Stell dir bloß mal vor, sie hätte dich Limmerig genannt. Das ist mein zweiter Vorname. Oh. Wolltest du schon immer Schauspieler werden? Ich nenne das, was ich hier tue, nicht Schauspielerei, Mann. Da bist du nicht der einzige Freundchen. Ich sehe es mehr so, dass ich die Stimme meiner Generation bin. Was ich sage, das sage ich für die Kids auf der Straße. Aha. Texte wie, ich bin Müll, ich habe keine Zukunft. Hä? Was redest du denn da, Mann? Stop it. Gehen sie aus dem Set. Alle Mann auf Ausgangsposition. Ich hole einen Malblock und erkläre es dir später, Haiku. Oh Mann. Haiku. Baby. Bist du soweit? Okay, Mann. Äh, welche Szene ist das jetzt? Du bist von Silvers Komplizien gefangen genommen worden. Von Piraten, Babsi, die sich in dich verliebt hat. Okay, Leute. Geht los oben auf Seite 76, Sharon. Was ist mit meinem großen Monolog? Ist gestrichen. Alle Mann fertig? Kamera läuft. Ruhe im Set. Okay. Etwas Magie, Leute. Oh ja, bitte. Und Action. Warum vergisst du nicht den blöden alten Squire und seine Hampelmänner? Siehst du denn nicht, dass wir füreinander geschaffen sind? Ich weiß, aber der Squire Trelawney hat mein Leben gerettet, Captain Babsi. Also, wenn der da nicht gewesen wäre, dann hätte mich dieser riesen Tintenfisch aber sowas von dermaßen zur Sau gemacht. Aber jetzt hält er dich für einen Verräter. Er hat dich aus der Palisadenfestung ausgeschlossen, Jimbo. Ach was, so ein Sechs-Meter-Zaun kann vielleicht Silversmänner aufhalten. Aber mich kann das Ding doch sowas von nicht beeindrucken. Oh, Jimbo. Und Schnitt. Das schwere Atmen war gut, Sharon. Kinderspiel, bin doch ein Profi. Hast du das schwere Atmen auch drin, Flash? Hab ich doch immer, Boss. Wir hätten diesen Streifen in 3D filmen sollen. Heiko, du warst großartig. Wir machen jetzt gerade den Stunt klar. Also schnapp dir so lange ruhig einen Happen zu essen. Okay. Savage, ins Set verdammt nochmal. Das ist dann, du will also. Okay. Das ist eine Kamera auf einem Dolly, oder wie man diese Dinger nennt. Das ist eine Kamera. Ach so, warte. Das ist der Kam... Reden wir mal mit dem. Kameramänner. Hi, ich bin George Stobbert. Ich heiße Harris. Aber die meisten nennen mich Flash. Sie sind der Kameramann, richtig? Das stimmt auffallend. Warum nennt man sie Flash? Waren sie früher mal Fotograf oder so? Nö. Ich beschloss nicht weiter nachzufragen. Ach Gottchen. Ja, Kameramänner sind immer ganz wichtig. Was halten Sie von Heiko McEvan? Was gibt es da groß zu halten? Der Kleine hat wahrscheinlich in der Pubertät mehr verdient als ich im ganzen Leben. Ich wünsche ihm viel Glück. Der Typ sieht mehr aus wie ein primitiver Gassenjunge als ein Filmstar. Hält wohl nicht so viel von Heiko. Ja, oh Mann. Ich will ihn nichts mehr fragen. Ein Teller mit Brötchen. Auf dem Tisch steht ein Topf mit lecker aussehendem Ahornsirup. Ein Stapel Pfannkuchen, den der Stuntman schon fast vernichtet hat. Okay. Ich sacke ich alles ein. Und ich darf auch tatsächlich einfach so. Das Brötchen ist so alt, dass es sich wie ein Stein anfühlt. Okay, habe ich das jetzt alles? Tatsache, ich habe hier Brötchen, ich habe einen Sirup und ich habe Pfannkuchen. Okay. Nein, ich muss mir was anderes überlegen. Okay. Ähm. Ein Mann mittleren Alters mit Pockennarben im Gesicht. Mit dem wir noch nicht geredet haben. Hi, George Stobbert. Hallo Kumpel. Sie sind Engländer, richtig? Du merkst aber auch alles, wie? Burt Savage. Dann quatschen wir mal ein bisschen. Wie lange sind Sie schon im Filmgeschäft? Eine Menge Jahre, Kumpel. Eine ganze Menge Jahre. Vorher war ich in der Armee. Da dachte ich mir, du riskierst dir jeden Tag deinen beschissenen Hals. Da kannst du auch gleich Knete mitmachen. Und da wurden Sie Stuntman? Einfach so? Nee, natürlich nicht. Ich musste das erstmal lernen. Wie lernt man denn, ein Stuntman zu werden? Erst haben Sie mir gesagt, ich soll mich mitten auf die Straße stellen und dann haben Sie mich überfahren. Direkt drüber. Mit dem verdammten Auto. Einfach so. Ha, konntest gar nicht glauben. Ich war auf die Motorhaube rauf und hinten wieder runter, bevor ich überhaupt richtig mitgekriegt habe, dass er nicht anhält. Dann haben Sie mich noch ein bisschen die Treppen runtergeworfen und mir mein Diplom gegeben. Als ob. Haben Sie jemals mit Carol Climax gearbeitet? Wie meint den Dachshund? Ha, können Sie aber annehmen. War eine verdammte Prinzessin, Kumpel. Ich habe gehört, sie sah sehr gut aus. Hat sich auch benommen wie eine, weißt du? Hier war's befohlen, da war's verlangt. Haben Sie jemals Bertrand Aubier kennengelernt? Kennengelernt nicht, nee. Ein paar Mal gesehen habe ich ihn. Mochte nicht, wenn seine Frau in Filmen auftrat. Glauben Sie, dass Aubier seine Frau umgebracht hat? Hm, würde mich gar nicht wundern, wenn's so wäre. Obwohl, es gibt ja eine Menge Leute, die Sie abgemorxt haben könnten. Ich dachte, Ihr Publikum liebte Sie. Klar, nur die Leute, die Sie kennengelernt haben, die sahen ihre dunkle Seite. Tö, 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 tö. Haben Sie sowas hier schon mal gesehen? Was ist denn das, Kumpel? Eine Steinachst? Nein, nur ein poliertes Stück Stein. Sehr nett. Wirklich hüpf. Bisschen aufmotzen, dann bekommst du sogar ein paar Kröten dafür. Quark. Möchten Sie ein Brötchen? Bloß nicht. Das letzte, das ich probiert hab, hat mir fast die Füllung gezogen. Möchten Sie diesen Sirup? Nee, danke, Kumpel. Ich mag das Zeug nicht. Schade. Möchten Sie noch einen Pfannkuchen, Bert? Oh, das sag ich nicht, nee. Ja, kann ich verstehen. Pfannkuchen sind super. Und wenn ich den Pfannkuchen ein wenig präpariere, mit ich weiß nicht was, aber mit irgendwas wird das sicher gehen. Und jetzt sprechen wir nochmal mit dem Bert und geben ihm den präparierten Pfannkuchen. In der Hoffnung, dass ihm dann die Zähne vielleicht zusammenkleben oder so und dann muss der Typie sein, es dann selber machen. Noch einen Pfannkuchen, Bert? Klar, nur zu. Von dem Pfannkuchen tropft Ahornsirup wie ein Wasserfall über Börds Doppelkinn. Ey, Mist! Du hast ja Sirup auf den Pfannkuchen getan. Und jetzt bin ich ganz eingesaut. Ahornsirup ist Bert auf Kinn und Hemd getropft. Ja, nice. Äh, ich hol mir nochmal einen Pfannkuchen. Und quatsch dann nochmal mit der Frau und dann, äh, mal schauen. Mit der Piratenpapsi. Mit der wollen wir nochmal quatschen. Hi. Möchten Sie dieses Brötchen? In Ordnung. Oh, warte mal. Hawks beobachtet mich. Lass es ihn nicht sehen. Oh oh, er schaut genau zu mir rüber. Was ist los? Egal. Steck nur das Brötchen weg und tu so, als hättest du gar nicht mit mir gesprochen. Okay, wir müssen also den Hawks loswerden. Keine so gute Idee. Na, red mal nochmal mit Hawks. Mr. Hawks, ich habe mich gefragt, ob... Nicht jetzt, ich muss einen Film machen. Zeit für den Stunt, Savage. Kurzer Anlauf, dann springen Sie auf die Planke und fliegen mit einem Salto über die Palisaden. Bitte was soll ich? Planke, Salto, Palisaden, drüber weg. Ganz leicht, das könnte jedes Kind. In meinem Alter? Sie scherzen wohl. Ich könnte Sie leicht ersetzen, Savage. Juh, durch einen arthritischen Gorilla. Mich ersetzen. Hören Sie doch auf. Das hier könnte der letzte Stunt sein, den ich je mache. Ich muss erst mal drüber nachdenken. Mich in die richtige Stimmung bringen. Eine Selbstmordlaune wäre dem Stunt angemessen. In Ordnung tun Sie das. Wir machen so lange Mittagspause. Oh, prima. Ich bin am Verhungern. Bleiben Sie genau da hocken, Savage. Und gehen Sie in sich. Du bist ein wahnsinniger Verklemmhaus. Du sagst es. Bam. Der hat es verstanden. Ja, es sollte da keine Fliege verschlucken. So viel schon mal klar, was? Was? Ja, aber was? Oh. 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 Die Palisaden sind sehr gewagt auf einem Fass balanciert. Oh nein. Die Palisaden sind umgeben von einem trockenen Graben, in dem angespitzte Holzpfähle stecken. Da springe ich auf keinen Fall rüber. Diese Pfähle sehen verdammt echt aus. Ja, das sind sie wahrscheinlich auch. Es zeigt mir nicht, dass ich... Nein, bitte nicht. Oh, ein Glück. Es zeigt mir nicht, dass ich... Ein Glück. Okay. Hat mehr von Davy Crockett als von Long John Silver. Okay. Ich glaube nicht, dass es Hawks gefallen würde, wenn ich in der Palisadenfestung rumliefe. Ja, aber die Frage ist, was soll ich jetzt machen? Hat Empfangkuchen gegessen, den Stan aber noch nicht gemacht. Ähm. Genug Angst machen, dass es seinen Job macht. Pass mal auf, hier, ich hab was für dich. Das klappt bestimmt, Leute. Wir zeigen dem... Wir zeigen dem Bert einfach hier unsere schöne Statue. Oh, halt, ne. Ähm. Nein, falsch. Doch, richtig. Und wenn ich ihm noch mal einen Pfannkuchen gebe? Noch einen Pfannkuchen, Bert? Nee, ich rühre keinen mehr an. Schade. Ein Pfannkuchen mit Ahornsirup drauf. Ja, wow. Ach, da haben wir noch einen Busch. Hi. Hi, Traummann. Möchten Sie vielleicht mal von diesem Pfannkuchen abbeißen? Zum Teufel nein. Ich brauche die Dinger nur anzugucken und meine Hüften schwellen an wie Ballons. Eine interessante Vorstellung. Oh Mann. Ich habe ja schon viele komische Sachen auf dieser Insel gesehen. Aber hier ist ein summender Busch. Oh nein. Kamera ab. Das hier muss einfach gut werden. Oh, ich war im Bild. Okay. Die nächste Szene spielt unten am Strand. Das ist die Szene, wo Hawkins den Schatz in der Krebshöhle findet. Sind das zufällig riesige Killerkrebse? Riesige mutierte Killerkrebse. Und tierisch schlecht drauf. Da ist er, der Felsen, den ich vom Kamelhöcker aus gesehen habe. Hier aus der Nähe kann ich eine kleine Höhle nahe bei der Spitze der Säule erkennen. Der Typ scheint auch schlecht drauf zu sein. Hey, Sie! Störenfried! Wer? Ich? Ich will, dass Sie da bleiben, wo ich Sie im Auge behalten kann. Ich bin keiner Ihrer Lakaien, Hawks. Ich gehe, wohin es mir passt. Aber nicht hier, Freundchen. Die Filmgesellschaft hat diese Insel für die Dauer der Dreharbeiten gemietet. Sie sind unerlaubt hier eingedrungen. Also tun Sie, was ich Ihnen sage, oder Sie fliegen raus. Ah, ja. firet her.